Was hier für ekelhafte Viecher rumlaufen. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja, komm ran hier. Wo ist denn das? Ach, das ist noch weiter. Ja, hätte ich auch mal gucken können. Das ist nach links da in die Gegend. Na, da hinten ist irgendetwas. Feathers? Das sind Outlaws, da geh ich jetzt nimmer nicht hin, glaub ich zumindest Ich habe keinen Druck, da zuerst um die Ich habe einen Druck, da zuerst um mich zuerst Ja. Können wir den Lütschmann sehen, du machst dann schon. Wie du willst. Oh Gott, jetzt sehe ich mit einem Viecher bis zum Wettbewerb. Hm. Hm. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Nein! Wie du willst. Lass die sich doch kloppen einfach. Ich hätte die alte Welt gerne einmal in Takt gesehen. Wenn die sich kloppen, kann das für uns nur gut sein. Ich bin ein wenig besorgniser. Das, was wir brauchen, liegt bestimmt in dem Gebäude. Ich bin ein wenig besorgniser. 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 Okay. Schlechter Zeitpunkt. Kein Ernst. Ja, jetzt muss ich mir überlegen, wie komm ich hier raus. Au. Jetzt hab ich keine Feinde mehr. Zack. Jawel. Lass mich in Ruhe, Alter. Hier ist dein Inverser Phaseninduktor. Ah ja. Dann krieg ich endlich das Problem der Phaseninkonsistenzen gelöst. Okay. Aber da fehlt noch was. Beeil dich. Der Duke wartet. Hier. Dein proprietärer Etwas-Kondensator. Äh. Wofür brauch ich den denn nochmal? Egal. Fällt mir schon wieder ein. Gut. Aber leider noch nicht alles, was ich brauche. Hol es. Schnell. Schnell. Da hast du deine Kreuzankerspule. Ist die denn auch konzentrisch? Hm. Sieht ganz so aus. Wow. Du hast mir tatsächlich den ganzen Kram besorgen können. Endlich krieg ich den Big Bang fertiggestellt. Hm. Natürlich werde ich noch einige Zeit dafür brauchen. Du kannst ja so lange dem Duke sagen, dass hier alles glatt läuft. Oder so. Äh. Kannst es aber auch lassen. Sehr gut. Ähm. Der Big Bang. Sehr gut. Ähm. Der Big Bang. Muss meiner adviserint exhausted. I can. Ehm. curated. Da sollte er also sein. Guck. Na gut. Okay. Wir sind wieder in die Stufe aufgestiegen. Die оставste Dinger zum Adding. Jetzt hole ich mir im Sch-chl-chl. Da gute die Hä! 因为 ... St. Und zwar reisen wir dafür erst nochmal hier hinein. Gratisum. Verdammte Technik Hör auf zu jammern Ja, bomb, war da Wir können ja jetzt mal gucken, ob die beiden sich schon in der Taverne getroffen haben bezüglich dieser Energiewaffen Weil das möchte ich natürlich unterbinden, dass der da irgendwie an Energiewaffen kommt, dieser Tau-Gelicht ist da Na, lauf doch an dem Stein vorbei oder so Aber erstmal So Bring mir etwas bei Wie du willst Also wir brauchen Geschicklichkeit dafür Verdammte Technik Ja, ja, halt die Klappe So, Geschicklichkeit, zack, zack Übernehmen Jetzt können wir bei dem Schlosser Knacken 2 lernen Bring mir etwas bei Wie du willst So Sehr gut Überleben Kampf Für Nahkampf brauche ich mehr Stärke Fernkampf ist noch in weiter Ferne Schwere Waffen Was brauche ich denn, um mein Schild aufzunehmen? Warte mal, erstmal nehme ich Stärke für mich Ja, ja das ist tänk Warte mal, warte mal, Oh, verdammte Technik. Eins, zwei, drei. Ah, ein Stärkepunkt fehlt mir noch, dann hätte ich den Dualhammer nehmen können. Und hier fehlen mir noch fünf, das heißt, das ist eigentlich noch besser, der hat ja noch mehr Schaden. Wenn ich noch eine Stufe aufsteige, dann nehme ich fünf Stärkepunkte zu und kann diese Nahkampf-Buff hier nehmen, weil dann kann ich nämlich irgendwann später auch den Schild hier verwenden. Sehr gut. Was ist mit dir los? Wie fühlst du dich? Alle meine Systeme laufen einwandfrei. Ich fühle mich stark. Du wusstest nicht, dass du eine Maschine bist? Ich habe oft nach der Ursache meiner Erinnerungslücken gesucht. Und ich war mir darüber bewusst, dass Emotionen nicht mein Spezialgebiet sind. Aber ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich selbst kein Mensch bin. Was denkst du über deinen Schöpfer? Er ist ein Genie. Ich gebe zu, es war höchst unbefriedigend, nicht zu wissen, woher genau ich stamme. Über meine Entwicklung bin ich jedoch sehr erfreut. Ich hoffe, ich werde gut funktionieren. Ich auch. Fulminant. Absolut, ja. So, dann gucken wir doch mal, ob die sich in der Terrene hier mittlerweile versammelt haben. Da ist Stormson. Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trinke mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Jo, gib dem einfach Geld. Danke. Warte, wir sprechen mal mit dem Kerl. Wir sprechen einfach mal mit dem. Das ist ja direkt hier vorne dieser Jora. Jora der Andale. Technik. Wir können darauf verzichten. Alter. Technik. Ja, ja, ist gut. Alter, geh dir ein Eis packen, ey. Ohne scheiß. Ohne scheiß. dann brauchen wir noch bis zu 14 okay noch einiges nein ich will nichts nehmen ich will mit der sprechen ich will handeln gut sie dich nur um zack die nehmen wir alle mit jetzt verkaufen wir dir aber auch was damit damit kralle zähne so knochen behalten wir mal ich will Vielen Dank.